Miroslava Schachschenko, Juristin Miroslava, die selbst eine Familie hat, kümmert sich für Save the Ukraine um die juristisch-einwandfreie Abhandlung aller Fälle. Die Anwältin der Kinder Wir haben mit Kindern gesprochen, mit Eltern, mit Großmüttern und mit Patentanten. Jetzt wollen wir die Arbeit derjenigen kennenlernen, die dafür sorgen, dass einige Kinder es schaffen, nach Hause zu kommen. Miroslava, bitte erzählen Sie uns von Ihren Aufgaben. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Telefon und vor dem Rechner. Ich bin ständig mit meinen Kolleginnen in Kontakt und versuche möglichst viel Klarheit in die einzelnen Angelegenheiten zu bringen. Mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben. Denn es geht um das Beste, was wir haben. Die Kinder. Sprechen Sie auch mit den Eltern der Kinder? Oh ja, das ist sehr wichtig und sehr emotional. Sie haben sehr harte Zeiten hinter sich. Oft haben sie wochenlang keinen Kontakt zu ihren Kindern gehabt. Und ich spreche auch mit den Kindern, wenn das möglich ist. Ich versuche auf der einen Seite alle zu beruhigen und auf der anderen Seite versuche ich vor allem, so viel Klarheit wie möglich in alles reinzubekommen. Mein Telefon klingelt eigentlich den ganzen Tag, denn jeder will einen Rat. Viele fragen mich auch nur, was würdest du an meiner Stelle tun? Doch diese Frage ist am schwersten zu beantworten. Denn jede Antwort von mir zählt und darf auf keinen Fall leichtfertig sein. Denn es geht um Leben und Tod, um Gefängnis oder Freiheit? Ja, wenn eine Mutter an einem Checkpoint drei Tage lang verhört wird, dann kann sie auch manchmal zusammenbrechen. Wenn die Familie sich auf den Weg macht, um ihr Kind zurückzuholen, dann ist das eine Reise, die sie unter Umständen mit dem Leben bezahlen müssen. Sie sind oft zu Fuß unterwegs, man weiß nie genau, auf wen man trifft. Auf dem Land und in den Feldern muss man sich vor Blindgängern in Acht nehmen und so weiter und so weiter. Die Situation ändert sich auch ständig und ganz plötzlich muss eine neue Entscheidung getroffen werden. Ich wege für beide Seiten ab, was das Beste für die Familie ist und auch das Beste für die Kinder. Aber auch, was das Beste für Safe Ukraine ist. Das klingt extrem stressig und verantwortungsvoll. Ja, aber das bringt der Beruf einer Juristin mit sich, sie lacht. Das sollte eigentlich immer der Fall sein, auch wenn kein Krieg herrscht. Kümmern Sie sich auch um die Dokumente, die man braucht, um ein Kind aus einem Camp herauszuholen? Ich bin diejenige, die versucht, alles möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Ich bin der Speed in dem ganzen Prozess. Die Papiere kommen von den Ämtern und ich versuche, alles zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bekommen. Wir haben eine gewisse Standardliste, nach der wir bei Safe Ukraine vorgehen. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass hier kaum etwas nach Standards funktioniert. Ich habe lange genug als Juristin in Ämtern gearbeitet. Ich kenne den Laden, in- und auswendig. Und wie Ämter arbeiten, das wissen Sie in Deutschland wahrscheinlich nur zu gut. Ständig unterbesetzt, ständig im Ausnahmezustand. Sie lacht erneut. Ich versuche einfach, alle Lücken zu schließen, alle Papiere, die fehlen, zu beschaffen, damit der Vorgang möglichst reibungslos ablaufen kann. Ich denke, durch meine Kontakte ist es wirklich möglich, die Prozesse etwas zu beschleunigen, denn ich trete niemanden auf die Füße, mahne aber sanft. Bevor Sie anfingen, für Safe Ukraine zu arbeiten, wo waren Sie tätig? Seit 2009 arbeite ich als Anwältin. Ich hatte von Beginn an mit Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen zu tun. Das war noch in den bereits erwähnten Ämtern in einem Youth Service. Der Chef dort war Mykolaj Kuleba, der Gründer von Safe Ukraine. Dort haben wir uns kennengelernt. 2012 habe ich dann angefangen, im Büro des Präsidenten zu arbeiten. Ich habe Mykola assistiert. Er war von 2014 bis 2021 in der Regierung der Ombudsmann für Kinderrechte. Er gab seinen Job 2021 auf, um Safe Ukraine zu gründen, was er in der ganzen Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch nahm. Ich bin ihm dann nach dahin gefolgt. Das Schwerste ist, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wenn meine Kollegen mich anrufen, dann wollen sie einen guten, soliden Rat. Sie vertrauen mir. Sie sprechen mich oft auch, so spreche ich mich auch oft, mit Mykola ab. Aber meist muss ich die Entscheidung selbst treffen. Ich muss alle Risiken und alle möglichen Konsequenzen abwägen. Zum Beispiel, ob es gut ist, eine Grenze jetzt sofort in zwei Stunden oder in zwei Tagen zu überschreiten. Oder es zu lassen. Ganz oder nur vorerst. Es ist manchmal bloß ein Schritt, der aber fatale Folgen haben kann. Und dessen bin ich mir bewusst. Ich handele nicht für mich. Ich handele für andere. Sie vertrauen mir. Wenn ich den Menschen rate, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Checkpoint oder eine Grenze zu passieren und es der falsche Zeitpunkt ist, kann es sein, dass sie tagelang verhört werden, wenn sie aufgegriffen werden. Gerade eben noch habe ich mit einer Mutter gesprochen, mit der zusammen ich eine Entscheidung getroffen habe. Es ging darum, ob es besser ist, noch eine Weile in Belarus zu bleiben oder die Grenze nach Russland sofort zu überschreiten. Hin und wieder ziehe ich Ombudsmänner und Frauen mit ins Vertrauen, weil sie vielleicht andere Updates haben als ich. Es ist manchmal eine Sache von Minuten. Es muss hart sein, diese Entscheidung zu treffen. Und es ist bewundernswert, wie sie das dennoch täglich tun. Sie sind aber nicht nur Juristin, sondern auch Freundin, Tante, Schwester, Tochter und Mutter. Wie halten sie das aus, diese verantwortungsvolle Position in einem Krieg inne zu haben und es trotzdem, ein Mensch mit Hoffnung zu bleiben? Als sie Jura studieren, haben sie doch bestimmt nicht im Traum daran gedacht, einmal diese Aufgabe, die sie jetzt meistern müssen, erfüllen zu müssen. Ehrlich gesagt hilft mir meine Arbeit, diesen Wahnsinn bis zu einem gewissen Grad auszuhalten. Die Geschichten, die ich höre, sind so grausam, so etwas habe ich vorher noch nie gehört, erlebt oder auch nur davon gewusst. Mir ist klar, dass ich mich noch immer in einer sehr privilegierten Situation befinde, denn ich musste noch nie etwas so Schlimmes erleben oder aushalten, wie es diese Familien, deren Kinder deportiert werden, aushalten müssen. Das ist der schlimmste Albtraum, der einem widerfahren kann, sowohl dem Kind als auch den Eltern. Ich werde von den grausamen Gedanken jedoch durch den Fokus auf meine Arbeit abgelenkt. Jeden Tag retten wir Menschen oder helfen ihnen wenigstens, mit sehr schlimmen Situationen umzugehen. Mir geht es wirklich gut, meine Eltern leben und meine Schwester und meine Tochter befinden sich in relativen, sicheren Umständen. Sie und alle Mitarbeiter von Safe Ukraine retten täglich Kinder. Die Diskrepanz zu denen, die fehlen, ist dennoch riesig. Von wie vielen deportierten Kindern und Jugendlichen sprechen wir? Es gibt ein offizielles Portal. Es heißt Children of War, in Klammern, Kinder des Krieges. Und dort variieren die Zahlen in einigen Statistiken. In der einen ist die Rede von 19.600 Kindern. Auf demselben Portal gibt es aber auch eine Rubrik, wo das Nationale Informationsbüro seine eigene Statistik veröffentlicht. Und diese sprechen von 700.000 Kindern. Zum Zeitpunkt des Interviews wird dort die Zahl von 744.000 Kindern genannt. Diese Informationen stammen aus sogenannten offenen Quellen. Das heißt, alle Statements aus Russland und sämtlichen Medien werden analysiert. Das heißt, es sind russische Zahlen? Ja, dort ist man stolz auf jedes Kind, das man der Ukraine wegnimmt. Und deswegen wird es an die große Glocke gehängt. Das heißt, dass diese Zahlen nicht stimmen und die Wahrheit irgendwo zwischen 19.000 und 700.000 deportierten Kindern liegt. Eine Riesendiskrepanz. Und jedes einzelne Kind davon ist eines zu viel. Ich glaube, dass die Zahl der deportierten Kinder so oder so im Moment zunimmt. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Im Moment befreit die Ukraine einige Gebiete. Und überall, wo die ukrainische Armee hinkommt, haben wir es mit neuen Fakten zu tun. Das heißt im Klartext, dass wir dort Geschichten zum ersten Mal hören. Eltern können überhaupt erst im Moment ihrer Befreiung darüber sprechen, dass ihr Kind weg ist. Es gab vorher schlichtweg keine Möglichkeit. Sie haben erst dann die Möglichkeit, ihr vermisstes Kind bei den ukrainischen Behörden registrieren zu lassen. In den russischen Medien sieht man überhaupt. Übrigens tagtäglich Berichte darüber, wie Kinder aus Saporizja und den Gebieten, in denen Umdonex in Kems vor allem auf die Krim gebracht werden. Es mag naiv sein, aber das normale Vorstellungsvermögen reicht einfach nicht aus, um sich auszumalen, wie teilweise hunderte von Kindern von A nach B und dann von dort oft nach C und D gebracht werden. Was für eine unglaublich im Verborgen agierende, perverse Organisation steckt dahinter. Eines vorweg. Ich persönlich denke, dass die Zahl von 700.000 tatsächlich vollkommen aufgebläht ist. Auch deshalb, weil es sicher Doppelungen gibt. Eine realistische Schätzung dürften 250.000 bis 300.000 Kinder sein. Was immer noch eine immens hohe Zahl ist? Natürlich. Die Kinder werden auch nicht nur einzeln weggebracht, sondern in großen Gruppen. Also ganze Schulen, ganze Internate, ganze College, ganze Sportgruppen. An einem Beispiel aus Mariupol wird es vielleicht deutlich. Vor einem Jahr fanden dort sehr ernstzunehmende militärische Aktionen statt und die Russen begannen, Kinder im großen Stil zu evakuieren. Aber nicht nur Kinder, sie brachten komplette Wohnhäuser, Einfamilienhäuser, ganze Straßen und Nachbarschaften aus der Stadt. Manchmal versetzten sie komplette Dörfer. Es gab keine sogenannte grünen Korridore mehr in der Ukraine, was schlichtweg bedeutet, dass die Menschen nicht in ihre Heimat konnten und dort, wo Korridore waren, wurde heftig gekämpft und bombardiert. Das ist unvorstellbar. Es wird aber noch schlimmer. Manchmal wurden die grünen Korridore publik gemacht. Also es wurde gesagt, dass man an gewissen Orten und zu gewissen Zeiten eine Gegend passieren könnte. Zum Beispiel hieß es, seid um 9.30 Uhr da. Und dann sind die Menschen um 9.30 Uhr an diesen Ort gekommen. Nur um zu erfahren, dass der Korridor wegen Bombenangriffen um 10 Uhr wieder geschlossen würde. Das heißt, es war unmöglich, diese Korridore zu benutzen. Wir sprechen inzwischen von sogenannten forcierten Evakuierungen, was nichts anderes bedeutet als Deportation. Das heißt aber auch, dass nicht alle Kinder allein unterwegs oder in irgendeinem Camp sind, sondern auch noch mit ihren Familien zusammen sind. Ja. in Russland oder in besetzten Gebieten und sie haben keinerlei Möglichkeit zurückzugehen, weil sie entweder nicht kommunizieren können oder weil sie kein Geld haben oder nicht an ihr Geld herankommen. Das führt uns zu einer weiteren Art von Kriminalität. Da nicht dafür gesorgt wird, dass die Menschen zu vernünftigen Konditionen in ihrer Heimat zurückkehren können, nennen wir das Kind beim Namen. Es ist ein Genozid. der hier stattfindet. Was für eine perfide Art der psychologischen Kriegsführung. Ja, anders kann man das nicht nennen. Genozid bedeutet, dass ein Land Menschen aus einem anderen Land zwingt, ihren Hauptwohnsitz in dem neuen Land zu nehmen. Ihnen wird der Ausweis weggenommen und ein russischer Pass aufgezwungen. Sie verlieren ihre Identität, ihre Selbstbestimmung, ihre Wahlfreiheit, letztlich ihre Würde. Was können wir der Rest der Welt tun? Als erstes können sie Informationen über Save Ukraine und unsere ganze Arbeit verbreiten. Auf diese Art und Weise können wir dazu beitragen, dass Nachrichten möglichst viele Menschen erreichen. Wenn Verwandte zum Beispiel ins Ausland geflüchtet sind und keine Verbindungen mehr nach Hause haben, dann macht unsere Arbeit es ihnen leichter, sich wiederzufinden. Manche Ukrainer, die inzwischen irgendwo in Europa sind, wissen gar nicht, was mit ihren Familienangehörigen passiert ist. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, aber eben nicht nur die Dinge, sondern auch Personen. Personen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wenn der Krieg vorbei ist. Die Menschen auf der Welt müssen verstehen, was Russland anrichtet. Es ist tatsächlich so unglaublich, dass viele Menschen sich das ganz sicher nicht vorstellen können, zu welch grausamen Mitteln die russische Armee und ihre Befehlshaber greifen. Die Weltgemeinschaft muss Druck ausüben, sie muss sich erheben und Forderungen stellen. Wir müssen das Ganze ein Genozid nennen, denn das ist ein Begriff, der dabei helfen wird, zu verstehen, was mitten in Europa vor sich geht. Und es wäre ebenfalls großartig, wenn andere internationale Hilfsorganisationen aus diesen Berechten lernen. Denn dann könnten sie noch besser mit der ukrainischen Regierung und mit Safe Ukraine zusammenarbeiten, um eines Tages alle deportierten Kinder in ihre Heimat zurückzubringen. Nicht einmal Ukrainer können wirklich begreifen, was hier vor sich geht, weil es außerhalb des normalen Vorstellungsvermögens liegt. Ein letztes Beispiel, wir haben einen Fall, da haben eine Mutter und ihr Vater ihren Sohn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Es passiert im Krieg einfach, dass Eltern flüchten müssen, während ihr Kind in einem Camp verschleppt wurde. In diesem Fall haben beide Eltern, die zuvor sehr erfolgreich in ihren Jobs waren, diese verloren. Der Ort, in dem sie gelebt haben, musste evakuiert werden und sie wohnen seitdem bei ihren Eltern und Schwiegereltern in Kersong. Auf der linken Seite des Nipro. Sie ernähren sich von dem, was sie selbst anbauen, weil der Vater auf der anderen Seite der Stadt einen Job angeboten bekam. Deshalb ging er zurück. Seine Frau begleitete ihn. Sie bei den Großeltern bei den Dann wurde Kersong befreit, aber nicht dort, wo Großeltern und Kleinkind lebten. Die Brücke, die die Stadtteile verbannt, war von den Russen zerstört worden. Das bedeutete, dass sie ihren Sohn nicht sehen konnten, obwohl er nur 80 Kilometer entfernt von ihnen wohnte. Es wurde immer gefährlicher, den Jungen bei den Großeltern zu lassen, denn die Russen suchten gezielt Kinder, die keine Eltern mehr haben, auch wenn diese ganz in der Nähe sind. Um zu ihrem Sohn zu kommen, musste die Mutter, die sich sicher war, dass ihr Telefon abgehört wurde, durch die halbe Ukraine und Europa reisen, um über Finnland, dann durch Russland und dann durch das besetzte Gebiet von Kersong, um ihn wenigstens einmal wieder zu umarmen. Wenn ihn momentan bleibt, sind Anrufe, was ihnen momentan bleibt, sind Anrufe oder Videocalls, in denen sie mehr oder weniger nur weinen und sich zumindest vor einen Moment näher sind. Offenreden ist nicht möglich. Diese Schilderungen machen uns sprachlos, aber nur kurzfristig. Denn es wird nicht aufhören, über die unglaublichen Taten und Sünden zu berichten, die der russische Aggressor in seinem Nachbarland begeht. Wer je eine Anwältin in der Ukraine braucht, Miroslava, wäre unsere erste Wahl, nicht nur kompetent, sondern auch warmherzig und humorvoll, meistert sie den bürokratischen Berg, der sich vorher auftürmt. Wie ein Achttausender.